Be happy, das Motto des hessischen Landes-Tourenfestes hier in Bensheim und Heppenheim. Wir hören mal nach. Was macht die Teilnehmer so glücklich? Also so happy. Ich bin happy mit Trampolinen, weil es immer hoch hinaus geht und auch wenn ich mal auf dem Kopf stehe, komme ich doch irgendwie immer gut unten an. Ich bin happy mit dem Wahlwettkampf, weil ich dann endlich mal zeigen kann, was die letzten zwei bis vier Jahre neu dazugelernt haben. Ich bin happy auf der AirTagbahn, weil man das Gefühl vom Fliegen hat. Ich bin happy mit Ropeskipping, weil ich mich verausgaben kann und weil es mir einfach Spaß macht. Wir sind happy beim HTV Warrior, weil wir uns gegenseitig betteln können. Und weil es Spaß macht, sich sportlich genau zu fordern. Ich bin happy beim Turnen, weil ich da den Alltag entfliehen kann und mich dabei sehr gut fühle. Also ich bin happy mit Rellweil, weil eigentlich keine einzigartige Antwort darauf. Es ist die Kombination aus vielen verschiedenen Sachen. Ballkontakt, Reaktion, Reaktion auf den Gegner. Es macht einfach Spaß. Ich bin happy mit Rhönrad, weil ich damit rund um die Welt komme und das Turnen im Rad macht riesig viel Spaß. Ich bin happy als Volontier, weil es Spaß macht, die jungen Leute hier zu bedienen mit Milch, mit Müsli, mit Saft. Es ist schön zu sehen, wie die jungen Leute engagiert sind, dann zu der Wettkampf zu gehen und die sind alle so freundlich und gut gelaunt. Es macht Spaß. Ich bin happy. Ich bin happy. Ich bin happy. Es macht Spaß.